Sie möchten in ein spannendes Start-up investieren und dabei eine hohe Rendite erzielen? In diesem Video erfahren Sie, welches Geschäftsmodell Sie unterstützen, indem Sie beispielsweise in Wandelanleihen oder über Beteiligungskapital in Immotausch investieren. Im weiteren Verlauf der Präsentation erhalten Sie einen Einblick, wie Immotausch Finanzinstitutionen als mögliche Lizenznehmer anspricht, um so einen Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro in Deutschland zu generieren. Nähere Informationen zu unseren Anlageprodukten erhalten Sie am Ende dieser Präsentation. Wenn ich dieses Bild betrachte, stelle ich mir ein Pärchen vor, dass sich neugierig und voller Vorfreude die nächste Immobilie online ansieht. Wussten Sie, dass Steve Jobs das iPad drei Jahre nach dem iPhone im Januar 2010 enthüllt hat? Diese Technologie konnte sich erst damals durchsetzen, nachdem die Menschen auch Zugang zu günstigem und schnellem Internet hatten. Mittlerweile leben wir bereits in einer digitalen Gesellschaft. Corona hat das sicherlich beschleunigt. Beispielsweise bieten viele Unternehmen auch Online-Termine als Videobesprechungen und virtuelle Rundgänge für Immobilien an. Möchten Sie in der digitalen Immobilienvermittlung das volle Potenzial entfalten? Ich stelle Ihnen eine weltweit einzigartige Technologie vor, für die ich auch das passende Konzept mitliefern kann. Unsere heutigen Themen teilen sich in drei Kapitel auf. Teil 1 erklärt die Grundlagen des Immobilientauschportals. Hier liegt der Schwerpunkt dieser Präsentation. Teil 2 setzt diese Grundlagen in Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept. Teil 3 zeigt, wo Sie die detaillierten Informationen zu den zum Gesamtkonzept gehörenden Anlageprodukten finden und wie Sie diese sogar direkt über immotausch.net elektronisch bestellen können. Als Software-as-a-Service-Providerin bietet Immotausch anderen Unternehmen Nutzungsrechte an, auf die ich später näher eingehen werde. Damit wir den Nutzen für Ihr Unternehmen besser verstehen, werde ich zunächst auf den Status Quo im Immobilien- und Finanzmarkt eingehen und die wichtigsten Informationen zu Ihrem Konzern abgleichen. Mittels Erklärvideo werde ich Ihnen das Alleinstellungsmerkmal unseres Angebotes vermitteln, bevor ich die besondere Ereignung der Softwarearchitektur für Ihre Zwecke darstelle. Für Sie fasse ich die Vorteile für Ihre Institutionen und für Ihre Kunden zusammen, bevor ich einen Ausblick auf die entstehenden Mehrwerte werfe. Das Potenzial des Mehrumsatzes zeige ich Ihnen anhand von Grafiken am Ende von Teil 1. In Deutschland stehen mehrere Millionen Interessenten rund 200.000 Angeboten gegenüber. Oft konkurrieren Bewerber auf eine Immobilie mit einer Vielzahl an Miet- und Kaufinteressenten. Der Immobilienwechsel in Deutschland ist deshalb für viele eine Sisyphus-Arbeit. Als Konsequenz müssen viele Menschen Kompromisse bei der Immobilien-Suche eingehen. Die wahren Immobilien-Trümme bleiben meistens unerfüllt. Aktuell steigen die Verbraucherpreise dramatisch, während sich die Gehälter nur sehr geringfügig entwickeln. Zusätzlich sind die Zinsen für Immobiliendarlehen in den vergangenen sechs Monaten um etwa 3% gestiegen. Um die höheren Zinsen auszugleichen, müssten die Immobilienpreise um etwa ein Viertel sinken. Aufgrund der Preissteigerungen in anderen Bereichen erwarten die Verkäufer aber auch weiterhin steigende Immobilienpreise. Das führt zu einem Immobilienpreis-Dilemma für all diejenigen, die ihre aktuelle Immobilie für die Finanzierung der nächsten Immobilie einsetzen müssen. Wer zuerst die aktuelle Immobilie verkauft, riskiert weitere Immobilienpreiserhöhungen und somit Kaufkraftverlust. Andersherum, wer zuerst den Kaufvertrag für die nächste Immobilie zu hohen Preisen beurkundet, riskiert, dass der Marktwert für die aktuelle Immobilie sinkt. Wie sieht Ihre Konzern- und Kundenstruktur aus? Innerhalb einer institutionellen Vertriebsorganisation sind Sie womöglich Teil einer ganzen Unternehmensgruppe, die Millionen von Kunden als Versicherer, Bank, Sparkasse oder Bausparkasse betreut. Als regionale Vertriebsorganisation betreuen Sie einige tausend oder auch mehrere hunderttausend Kunden und gliedern sich in eine Reihe von kleineren Organisationseinheiten auf, die mehrere hundert bis einige tausend Kunden betreut. Als Institution bieten Sie vermutlich bereits einige Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Immobilien, Versicherungen und Finanzen an. Durch eine Zusammenarbeit mit Immotausch können Sie dieses Produktportfolio ergänzen. Wenn Sie die von Ihnen betreute Kundenzahl betrachten, bedenken Sie, dass über 40% der deutschen Immobilieneigentümer sind. Viele Interessenten haben früher zu mir gesagt, Sie dürfen meine Immobilie verkaufen, wenn Sie mir meine Wunschimmobilie besorgen, also beispielsweise eine Wohnung mit Aufzug gegen ein Haus mit Garten und umgekehrt. Behalten Sie die folgende Gretchenfrage im Hinterkopf, wenn ich Ihnen gleich unser Angebot vorstelle. Wie halten Sie es mit dem Umsatzpotenzial aus Eigentümern einer selbstgenutzten Immobilie, die sich mittel- bis langfristig verändern möchten? Denn ich möchte Ihnen dabei helfen, den hinter dieser Kundenzahl verborgenen Schatz zu bergen. Fragen Sie Ihre Kunden. Was suchst du und was machst du frei, wenn du gefunden hast, was du suchst? Das Ergebnis bezeichne ich als Tauschprofil. Noch einfacher? Verwenden Sie Immotausch als Tool, um diese Informationen zu erhalten und zu nutzen. Sie sind verzweifelt auf der Suche nach Ihrer Wunschimmobilie oder planen, sich zu verändern? So geht es auch Paul, Sven und Ralf. Pauls Familie wünscht sich ein Haus mit einem größeren Garten. Sven und seine Frau möchten altersgerecht wohnen. Statt Haus mit großem Garten, lieber eine Wohnung mit Aufzug. Ralf wohnt in solch einer Wohnung. Er träumt von einem Haus mit kleinem Garten. Sie wollen erst verkaufen, sobald sie ihre Wunschimmobilie gefunden haben, aber finden einfach kein passendes Angebot. So geht es Millionen Menschen. Dabei gibt es eine simple Möglichkeit, einerseits die Traumimmobilie und gleichzeitig den passenden Käufer zu finden. Auf immotausch.net hinterlegen alle drei ein Tauschprofil. Dazu speichern sie ihr Tauschangebot und Gesuch. Suche und Angebot laufen jetzt gleichzeitig ab. Je mehr Menschen mitmachen, desto größer wird das Gesamtangebot. Ein einzigartiger Tauschalgorithmus verrät, wer der richtige Interessent für die aktuelle Immobilie ist, um im Ringtausch die Wunschimmobilie zu erhalten. Bei Reduzierung auf den Tauschpreis kannst du die Erwerbsnebenkosten erheblich senken. Statt unter Zeitdruck nach einem passenden Objekt zu suchen und dabei ungewollte Kompromisse einzugehen, finden Sie so einfach und schnell Ihre Traumimmobilie. Registrieren Sie sich jetzt auf immotausch.net und hinterlegen Sie Ihr Tauschprofil. Gerne unterstützen wir Sie von Beginn an, auch bei langfristigen Verkaufsanliegen. Von uns erhalten Sie passende Angebote für Ihre Suche sowie den richtigen Interessenten. Immotausch. Einfach. Besser. Wohnen. Die Immotausch GmbH bietet anderen Unternehmen Nutzungsrechte als Software-as-a-Service-Providerin an, um den Immobilientausch gegenüber den eigenen Kunden anbieten zu können. Sie können dabei als Makler gegen Erfolgsprovision auftreten. Sie können die Endkundenlizenzen aber auch kostenlos anbieten oder in andere Tarife einbinden, beispielsweise mit einer Sachversicherung, einem Bausparttarif oder einer Rentenversicherung kombinieren. Die Software-Architektur ist einzigartig unter den Immobilienportalen. Immotausch stellt das übergeordnete Netzwerkportal dar. Die Architektur integriert bereits jetzt mehrere Benutzerlevel. An der Spitze jeder Organisationseinheit steht das Unternehmenslevel als Superagentur oder Agentur. Hier werden zum Beispiel Benutzerrechte und Mitarbeiteraccounts im Rahmen der eingekauften Leistungen verwaltet. Die Mitarbeiter betreuen die Endkunden und deren Suchanzeigen Immobilienangebote und Tauschprofile. Ich bezeichne sie als Agents. Die Importfunktion sieht vor, dass Sie die Endkunden per Link in einer Rundmail einladen, sich selbst in das Kundenportal einzutragen. Die Eingabe der Daten und Profile kann dann auch durch die Endkunden erfolgen. Für Sie ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen. Die entstehenden Tauschprofile erhöhen die Anzahl ihrer Vermarktungsobjekte um ein Vielfaches. Sie erschaffen einen Parallelmarkt zu den aktuellen Angeboten und beginnen den Vermittlungszyklus bereits mit dem Wunsch auf einen Immobilienwechsel. Sie schalten Suchanzeigen, die sich als Leadmaschine für neue Kontakte zu Immobilieneigentümern entpuppen können. Aus Vermietern können neue Kunden in mehreren Sparten werden. Von Verkäufern erhalten Sie neue Vermittlungsaufträge. Unser Ringtauschalgorithmus erleichtert Ihnen, aus diesem Parallelmarkt eine Vielzahl zusätzlicher Immobilientransaktionen zu begleiten. Da nur Sie diese Transaktionen ermöglichen können, sind Sie automatisch die ersten Ansprechpartner für alle weiteren Fragen. Dadurch werden Sie mehr Finanzierungen begleiten. Das Angebot einer solch sozial nachhaltigen Dienstleistung wird außerdem Ihre Reputation und die Zufriedenheit aller Stakeholder stärken. Ihre Kunden wiederum freuen sich auf einen deutlich größeren Angebotsmarkt. In diesem Markt können Sie tatsächlich Ihre Wunschimmobilien finden und erhalten. Durch die Digitalisierungstools und die Möglichkeiten rund um den Immobilientausch sparen Sie dabei Zeit und Kosten. Man könnte zusammenfassen, mit Immotausch können Ihre Kunden einfach besser wohnen. Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Sie bauen das Immobiliengeschäft aus und übernehmen Marktanteile von allen, die nicht Teil des Netzwerkes sind. Der Ringtauschalgorithmus regt die Kooperation innerhalb des gesamten Netzwerkes an. Denn er findet auch unternehmensübergreifende Matches innerhalb und außerhalb Ihrer Unternehmensgruppe. Wir erschaffen somit ein unsichtbares Bündnis zur Etablierung dieses neuen Marktes. Ihre Objektpipeline wird deutlich länger und breiter. Sie bereiten in den kommenden Jahren bereits den Weg für die Transaktionen der nächsten Jahrzehnte. Dadurch erhalten Sie Einsicht in die Schicksalspferden der Immobilientransaktionen. Wie sieht dieser Mehrwert in Zahlen aus? Nehmen wir an, Sie erhalten eine durchschnittliche Vermittlungsprovision in Höhe von 20.000 Euro pro verkaufte Immobilie. Nehmen wir weiterhin an, die Finanzierung dieser Immobilien läuft über Ihr Haus mit einer durchschnittlichen Finanzierungssumme von 300.000 Euro. Als lokale Vertriebsorganisation erhalten Sie dafür eine Provision von zumindest einem Prozent. Erreichen Sie zehn zusätzliche Transaktionen pro Quartal, generieren Sie einen Mehrumsatz von knapp einer Million Euro pro Jahr. Für ein lokales Kreditinstitut nehmen wir an, Sie verdienen darüber hinaus an einer durchschnittlichen Marge von zumindest 0,5 Prozent bei einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren. Die Vermittlungsprovisionen erhalten Sie recht schnell. Das deckt die Kosten für den Vertrieb und die Lizenzen. Langfristig profitieren Sie am stärksten aus dem zusätzlichen Finanzierungsvolumen. Treffen diese Annahmen auf 1.000 Ihrer Kunden zu, werden Sie daraus einen Mehrumsatz von etwa 60 Millionen Euro generieren. Betrachten wir eine regional tätige Finanzinstitution, lassen wir die Provision bei der Finanzierung außen vor. Sie ist für die lokalen Vertriebsorganisationseinheiten gedacht. Dafür erhöhen wir die durchschnittliche Marge auf 0,7 Prozent der Finanzierungssumme. Erreicht diese Institution eine Vermittlung von Immobilien und Darlehen bei 10.000 Kunden, bedeutet das einen Mehrumsatz in Höhe von 725 Millionen Euro. Durch unsere Digitalisierungsstrategie und die vorhandenen sowie geplanten Tools muss der Vertrieb dazu weniger stark ausgebaut werden, als man zuerst annimmt. Ihre Kunden hinterlegen die Tauschprofile im Endkundenportal. Matching-Verfahren und Ringtauschalgorithmus übernehmen die entscheidenden nächsten Schritte. Was danach folgt, wird in manchen Fällen gerade genug Aufwand sein, um eine Provisionsrechnung nicht nur aufgrund des Nachweises, sondern auch aufgrund der Vermittlungstätigkeit zu begründen. Um die Gedankenreihe zu vervollständigen, betrachten wir diese Analyse für eine überregional tätige Unternehmensgruppe. Schafft diese Organisation aufgrund des angebotenen Ringtauschkonzeptes die Vermittlung von 300.000 Immobilien und Finanzierungen, regt dies ein Mehrgeschäft in Höhe von 21,75 Milliarden Euro an. Als Finanzkonzern sind Sie bereits seit langem Anbieter eines Rundum-Dienstleistungspaketes. Im zweiten Teil dieser Präsentation möchte ich Ihnen zeigen, wie das Immotausch-Gesamtkonzept diesen Rundum-Service bestätigt und ergänzt. Dazu werde ich auch hier wieder den Status Quo im Anschluss das Konzept und die Vorteile für Sie als Institution sowie für Ihre Kunden zusammenfassen. Aktuell sieht die Situation folgendermaßen aus. Selbstnutzer kaufen und verkaufen bei jedem Immobilienwechsel die Immobilien. Dadurch entstehen sehr hohe Transaktionskosten. Diese Erwerbsnebenkosten müssen von den Käufern grundsätzlich aus Eigenkapital finanziert werden. Dadurch steigt die Eintrittshürde für den Erwerb der ersten, aber auch die Hürde für den Wechsel von einer Immobilie zur nächsten. Bei einem Wechsel macht der enorme Unterschied zwischen Sachwert und Marktwert eine Zwischenfinanzierung nahezu unmöglich. Generell können sich die Verbraucher nicht sicher sein, wie sich die Immobilienwerte und die Finanzierungskonditionen entwickeln werden. Das erschafft eine große Unsicherheit. Das Gesamtkonzept der Immotausch GmbH sieht eine Begleitung vom Aufbau und dem Besitz von Immobilienvermögen, auch als Bruchteilseigentum bereits ab einer Stückelung von 125 Euro bis hin zum Immobilienverzehr im Alter vor. Innerhalb unseres Mietkaufmodells sollen Verbraucher die Möglichkeit haben, bundesweit übertragbares Immobilienvermögen aufzubauen. Dieses können sie wie bei einer Genossenschaft von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen. Das entstehende Kollektiv bietet sich als Co-Investor für die Immobilien an, sodass auch Kunden, die aufgrund ihrer Bonität keinen Zugang zur Bankenfinanzierung haben, eine Möglichkeit bekommen, Immobilienvermögen anzuhäufen und Immobilienbesitz zu erwerben. Im Alter kann dieses Vermögen dann im Rahmen des Immobilienverzehrs aufgebraucht werden. Beispielsweise als Immobilienleihbrente und zur Finanzierung einer Seniorenimmobilie oder für die Pflege. Als Immobilientauschportal und Makler begleitet Immotausch Menschen auf ihrer lebenslangen Immobilienreise. Nach der Kindheit verlässt du dein Kinder- bzw. Jugendzimmer und sparst auch während der Ausbildung oder Studium, um dir langsam ein eigenes Leben aufzubauen. Innerhalb eines WG-Zimmers oder der ersten eigenen Wohnung lebst du mit 10 bis 50 Quadratmetern noch in einer ähnlichen Größenordnung in der Regel zur Miete. Beim Berufsbeginn belohnst du dich mit einer größeren Wohnung, die dir ausreichend Platz zur Entfaltung bietet. Wir helfen dir, die richtige Wohnung zu finden. So kannst du deine bisherige Wohnung auch während der Gehaltsentwicklung beim Aufbau der Berufserfahrung und beim Eingehen einer Partnerschaft immer wieder gegen eine Wohnung tauschen, die deiner aktuellen Lebenssituation entspricht. Nach einiger Zeit gründest du eine Familie und möchtest eine entsprechende Wohnung besitzen. Wir planen ein Immobilienabonnement, bei dem du Immobilienguthaben innerhalb unseres Kollektivs aufbaust und so auch die Familienwohnung gegen ein Haus tauschen kannst, ohne Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen. Wir investieren in altersgerechtes Wohnen und bieten dir Immobilienverzehrprodukte an. So tauscht du dein Immobilienvermögen gegen Einmalzahlungen, Kreditlinie oder Leibrente und hast einen sicheren Platz in einer Seniorenresidenz und in einem Pflegeapartment. Hinterlege noch heute dein Tauschprofil und werde Teil der Immotauschgemeinschaft. Immotausch – einfach besser wohnen Wenn Sie Immotausch und das Konzept der lebenslangen Immobilienreise in Ihr Geschäft integrieren, ergeben sich folgende Vorteile für Sie. Sie verfügen über eine leicht verständliche und lebensnahe Customer Journey vom Mietkauf bis zum Lebensabend. Sie erweitern Ihre Produktpalette um eine Vielzahl von zeitgemäßen Anspar- und Immobilienverzehrprodukten. Sie kombinieren Ihren Status als Lizenznehmer mit einer Produkt- und Vertriebspartnerschaft und der Funktion als Investor und Darlehensgeber. Als solcher können Sie sich bundesweit auch über Teileigentum und Immobilienverzehrprodukte in Immobilien einkaufen. Schlussendlich handelt es sich um ein auf den gesamten Lebenszyklus angelegtes Konzept, bei dem Vermögenswerte auch generationsübergreifend weitergegeben und getauscht werden können. Dadurch bauen Sie auch eine lebenslange Kundenbindung auf. Aus Sicht Ihrer Kunden bieten Sie zeitgemäße Anspar-, Finanzierungs- und Rentenprodukte an. Sie ermöglichen Ihren Kunden, sich den Wohnbedarf für alle Altersstufen zu sichern. Das bundesweite Mietkaufmodell und die Möglichkeit, ein fest definiertes Co-Investment zu erhalten, ist für viele Kunden eine sehr interessante und neue Option. Immobilienvermögen von einer Immobilie zur nächsten mitnehmen, das kann für Ihre Kunden über den Lebenszyklus hinweg zu einer Ersparnis von etwa 150.000 Euro führen. Mein Name ist Patrick Riel. Als gelernter Immobilienkaufmann habe ich mich mit 24 Jahren selbstständig gemacht. Vor acht Jahren hatte ich die Vision für ein Projekt, das zunächst unter dem Namen Wohnungstausch24 startete. Ein paar Jahre später habe ich den Quereinstieg in die Versicherungs- und Finanzwirtschaft gemacht und die Vision in ein Gesamtkonzept integriert. Als Gründer und Geschäftsführer der Immotausch GmbH habe ich den Prototyp für Immotausch entwickelt und bereits einige Patente für den Ringtausch-Algorithmus angemeldet. Meine Mission, ich möchte Menschen dabei helfen, ihre Wunschimmobilie einfacher, besser und schneller zu finden. Das Ziel ist die Etablierung eines Systems, das die Menschen rund um das Thema Wohnen sowie dem Aufbau, der Sicherung und dem Verzehr von Immobilienvermögen begleitet. Dabei werden die angebotenen Dienstleistungen und Produkte auch online angeboten. Insofern kombiniert Immotausch die Bereiche Immobilien, Versicherungen und Finanzen als PropTech, Fintech und Inchertech-Unternehmen. Auf unserer Webseite immotausch.net finden Sie als Anleger alle Informationen zu unseren Anlageprodukten in der Rubrik Investieren. Auf der Seite Anlageproduktauswahl können Sie das Immotausch-Pitchdeck herunterladen und erhalten eine Übersicht über eine Reihe von Anlageprodukten aus den Bereichen Grundschuldbesicherte Darlehen, Immobilienwandeldarlehen und Start-up-Wandelanleihen sowie Beteiligungen und Kollektivmodellen. Die in den Investment-Exposés beschriebenen Wertpapiere können Sie auch direkt über unser Online-Formular bestellen. Auf dieser Seite stellen wir für Sie die Investment-Exposés für elektronische Wertpapiere mit einer Kurzanleitung zum Download zur Verfügung. Wenn Sie sich für die Wertpapiere in Form von Anleihen und Wandelanleihen interessieren, können Sie unser elektronisches Bestellformular nutzen, um zu überprüfen, ob Ihr Wunschpapier noch verfügbar ist. Geben Sie die ESCN des gewünschten Wertpapiers in die Suche bei der jeweiligen Wertpapierklasse ein und wählen Sie jeweils die gewünschte Stückzahl aus. Wenn Sie noch nicht registriert sind, füllen Sie bitte das Kontaktformular vollständig aus, um die Bestellung durchführen zu können. Kurz nach der Bestellung erhalten Sie bereits die Bestätigung inklusive der zugehörigen Rechnung per E-Mail. Als angemeldeter Nutzer können Sie weitere Wertpapiere auf Ihren Kundenaccount bestellen. Wenn Sie sich für eine monatliche Besparung interessieren, stellen Immobilienabonnement und der Chance-Tarif geeignete Optionen für Sie dar. Über unseren Chance-Tarif können Sie mit einer monatlichen Besparung ab 225 Euro in Wertpapiere investieren, die eine feste Verzinsung von 8% pro Jahr versprechen. Dieser Tarif sieht eine Besparung in unsere Serie G-Pflichtwandelanleihe für 9 Jahre vor, für die Restlaufzeit können Sie auch in andere Produkte aus dem Bereich Immobiliensparen wechseln. Mit dem Immobilienabonnement bauen Sie Immobilienvermögen auf, wie es im Video lebenslange Immobilienreise beschrieben wurde. Der Asset Equity Convertible stellt dabei eine Kombination aus Start-up Investment und Immobilieninvestment dar. Diese Wandelanleihe können Sie im Rahmen unseres Mietkaufmodells zur Kaufpreisminderung oder Mietpreisreduzierung verwenden. Auf der Seite zum Immobilienabonnement veröffentlichen wir die Investment Exposés, in denen wir über 1500 Tranchen bereits verbindlich festgelegt haben. Die Wandlungsoption bietet Ihnen die Wahl zwischen der Rückgabe mit einer Verzinsung von 4% pro Jahr oder der Wandlung in Genussrechte oder Unternehmensanteile. Bei Wandlung in Unternehmensanteile wie Aktien profitieren Sie von den besonderen Bezugsrechten. Sie liegen bei diesem Modell zwischen 10 Euro und 125 Euro. Entscheiden Sie sich jetzt für ein Immobilienabonnement bei der Immotausch GmbH für die Mietkaufwandelanleihen als Asset Equity Convertible. Für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse bedanke ich mich und hoffe, ich konnte Sie begeistern. Lassen Sie uns nun gemeinsam die nächsten Schritte definieren. Mal sehen Sie uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020